Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde 4Arena. Hier zusammen mit den, ähm, nein, mit der, fangen wir die Frauen an, mit der Sunny. Hallöchen. Den Amblaze. Hallo. Und den Framme. Hallo. Das wird übrigens mein Adventskalender-Video. Ich bin mit dem zweiten Türchen dran. Bei uns nicht. 4Arena, sagt euch was, wir müssen, wir haben ein bisschen Ausrüstung, wir müssen fünf Fights hintereinander gewinnen. Oder, beziehungsweise, insgesamt gewinnen. Ähm, ja, ich, ich hätte gern wieder Tränke. Das ist voll fies. Gibt's in dieser Runde nicht, ne? Ne, hier gibt's nur voll fies. Waffen und so und Zeug. Mhm. Wir machen das mal so. Mach es so. Tu es. Tu es. So. Und wir, ja, es ist halt so, dass wir uns immer in jeder Runde was aussuchen müssen. Drück den Button. Und dann, äh, hab ich gedrückt und dann können wir gewinnen oder auch nicht. Und dann kämpfen wir alle vier gegeneinander jetzt gleichzeitig und, äh. Genau, muss sich die Ressourcen einteilen. Vielleicht hat er einen Bogen geholt. Sicher, okay. Wer am Ende, am, als Letzter noch übrig bleibt, der hat gewonnen. Genau, und dann muss man halt fünfmal gewinnen, um dann endgültig zu gewinnen. Kommt er von hinten. Ein Nini. Boah. Ach, Raza, du von hinten Anschleicher, du, du stinkst doch. Wo ist denn jetzt der? Ach, der hat ein Diamantschwort, genau. Ja. Und erst mal nur der, wo bist du denn? Wieso hab ich keine Sounds eigentlich? Welch Quid hab ich gemacht. Wieso hab ich denn keine Sounds? Kann mir das mal jemand verraten? Weiß ich nicht. Wo ist jetzt der Frammer? Da ist er. Äh. Stell weg. Wo bist du denn? Fällt doch jetzt hier, du hast eh keine Chance. Was willst du denn jetzt noch? Na doch, ich gewinn das noch. Irgendwie. Genau, tu es. Tu es. Du findest jetzt noch eine geheime Truhe. Hau ihm ins Gesicht. Was er da nicht gibt. Ja, ja, ja. Komm, Frame. Du packst das. Doch, nur bei dir auch kein Sounds. Genau, krit ihn, krit ihn, krit ihn. Yes. Warum hab ich kein Sounds, wenn ich spiele? Digi. Das kann ich mir nicht sagen. Weg, das Sound. Hm, eigenartig, eigenartig, ne, ja, eigenartig. So, versuchen wir mal das hier. Fehlt denn noch ein Helm? Ach, die Stimmung wird überbewertet. So, fertig. Er ist fertig mit den Nerven. Äh, das auch. Ne, heute bin ich richtig gechillt. Options. Musik. Master Volume ist offener, klar. Oh, ja, das ist bitter. Ja, aber warum? Irgendwie ist es auch so ruhig bei mir gerade. Der Weisermund hat einen Bogen. So eine Sau. Achso, ne, das ist... Wie kann er nur? Wie kann er nur? Oh, ja. Puh, 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 puh. Wie viel hat es denn noch? Äh, ich glaube, ich hatte noch sieben oder sechs Herzen. Oh, ne, da, ne. Verdammt. Sie sind nicht gesehen. Noob, noob. Noob, 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 noob. Wartei. Na, eine schöne App. Ah, ich muss mich gerade konzentrieren. Konzentrieren ist hier nicht. Ah, da ist er. Oh, das... Oh, nein. Ja, Titi. Yes. Wie viel hat es noch am Ende? Ich glaube, über die Hälfte. Okay. Oh, was ist denn das gerade für eine langweilige Musik hier bei mir? Besser. Bei mir läuft gar nicht. Yeah, Party. Party. Ich glaube, es ist nicht so meine Runde hier gerade. Machen wir wieder eine sogenannte Iolo-Runde. Das heißt, ich hau euch mit der Faust zu Brei. Der Faust muss ja nicht so viel. Da gibt es genug Schwerter. Weißt du, ich hau euch mit der Faust zu Brei und mach mir erst mal selbst Schaden. Ah, ja, ist klar. Komm, geh doch weg. Oh, wo gehst du denn hier hin? Ich bin tot. Hauskämpfer Herplays. Ich stehe hier eigentlich. Aha. Aua. Oh, Mist. Da habe ich mich jetzt nicht treffen lassen. Tü, 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 tü. Hörst du auf damit. Pfui. Böses Frame. Pfuh. Boah. Und die Sunny hat sich wieder versteckt in der Zeit. Ja. Weißt du, eigentlich hat es die Sunny gerade richtig gemacht, ne? Hat bis zum Schluss gewartet, um abzustauben. Ja, das ist auch eine Taktik. Ach, Sunny hat abgestaubt? Hm, die staubt gleich ab. Ach so, ich dachte, hätte ich den Kill jetzt nicht bekommen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Es geht nicht darum, wie viele Kills man hat, sondern dass man die Rune gönnt. Ja, klar, klar. Trotzdem. Aber warum ist die Musik nicht auf 100%? Was ist denn hier für eine scheiße Einstellung hier? Mann, Mann. Geht einfach mal die Musik an jetzt hier. Sunny hat bessere Rüstung als ich. Aber sie rennt weg, oder? Ne. Ne, Frayben, der rennt weg. Frayben, ist es auch nicht weg wie so ein Weichkäse. Bogenkampf, yay. Könntest du das bitte lassen, wenn ich gerade an der Flasche hänge? Was denn? Das mit dem Weichkäse? Ja. Warum das sagen so lustig? Ich kann ja jetzt suchen, wenn du Alki an der Flasche hängst, ey. Wieso? Das ist unalkoholisch. Nein, im Weizen ist auch Alkohol. Das ist kein Weizen. Das ist ein Grundnahrungsmittel. Na ja, siehst du, was ich sage. Sag mal, werdet ihr auch mal fertig hier? Auf der Entfernung treffen sie sich ewig nicht. Und wenn sie sich treffen, können sie sich danach verziehen, dass sie wieder ranken können. Völlig blödsinnig, was sie gerade machen. Tilda, 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 tatatatata. Suni, Suni, Suni. Frame, Frame. Nee, Frame hat schon einen Punkt. Suni braucht einen Punkt. Suni, Suni. Frame braucht einen zweiten, dass ich ihn dann schlachten kann. Genau. Komm ich nicht mal raus. Ja, so ein Wasser ist doch schon tief, ne? Ja, stille Wasser sind tief. Jetzt geht es aber ab hier. Verstecken sie sich dahinter, damit ich gar nichts filmen kann. Oh, oh, oh. Oh. Aua, ich wurde wieder weggedrückt. Jawoll. Warst du noch dran? Ja, eigentlich ja nee, ne? Push the button. Ich pushe, ich pushe den button. Der Rasser hat noch nicht gepusht. Das sehe ich, er ist noch nicht grün. Jetzt hat er gepusht. Noch nicht grün? Wie ein ganz schön grün. Im Gesicht, oder wie? Ja. Wie? Wieso ist eigentlich meine Lauftaste falsch belegt? Alles ist hier falsch, kein Wund, dass ich hier nicht spielen kann. Ja, ja. Jetzt schieft es wieder auf die Tasten. Ja, irgendwie sind alle Entstellungen gerade anders, als ich das normalerweise habe. Muss ich gleich nochmal umstellen. Schau mal, versteckt ihr euch jetzt alle, oder wie? Nö. Alle am Shiften? Alex leckt vor sich hin hier. Nee, ich meine, Tastatur würde nicht so... Ich stand gerade fast in dir und konnte ich nicht, äh... ...konnte ich nicht, ähm, hauen. Boah, hattest du viel Rüstung. Uiuiui. Ich bin PvP-Noob. Üben, 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 üben. Deswegen spiel ich ja gerade, Blaze. Jetzt verlierst du den Blaze, weil du ihn nicht... Ich meine, das Abschrauber von hinten, ey. Das sagst du, der mich in der ersten Runde von hinten gekillt hat, ne? Das ist aber kein Abschrauber. Ich habe dich ganz regulär getötet. Hinten. So, Controls. Ähm, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn die Run-Optionen? Geschreckt. Oh, yes. Yes. Das war gut. So, was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Ähm, nochmal Options, Controls. Wo ist denn Run, bitteschön? Run, baby, run. Das ist Sprint, direkt der, das vierte bei Gameplay schon. Sprint, also da. So, und deswegen auch die Richtigkeit, das ist so. Und das Inventar legen wir wieder auf i, dann passt auch alles wieder. Danke. Bitte. Ich habe das nun gleich auf der Maus, also ich komme irgendwie nie drauf. Ach, ja, geht auch weg. Komm, so ein bisschen Bogenspiel ist doch auch was Schönes. Piu, trifft der, trifft der. Puh, der war knapp. Üben wir aber noch, Blaze, ne? Oh, Frame. Ninja. Ninja, ja, ich gerade mit Run. Ich sollte den Bogen heute weglassen. Ja, du musst das halt nicht nur auf mich ziehen, du musst auf die anderen auch gucken, wo du den Bogen hast. Ich wollte mich gerade umdrehen und da kam schon der erste Schlag ins Gesicht. Ist halt 4, Rina, und nicht 1 vs. 1. Ja, ich weiß. Hm. Mach den Frame tot, mach den Frame tot. Er hat's verdient. Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Das fände ich jetzt nicht so gut. Wer hätte eigentlich den Frame mitspielen lassen, das geht doch gar nicht. Ich weiß, ich weiß. Saniert ein Tierschwert, okay. Ah, nee. Frame, wie abhaut. Der war gut. Oh ja, da kommt Sunny, ne? Die beschäftigt Ruzzle schon. Ich beziehe mich mal. Genau. Sunny kommt zum Abstand und der kann nicht gehen. Hätte der Frame fertig gemacht, wenn Sunny jetzt nicht gekommen wäre, aber nee, die muss ja... Oh Mann. Ich komme heute wieder nicht auf Doppel-W. Ich auch nicht. Nee, deswegen habe ich es ja auf Einzeltasten gelegt. Eins? Auf Einzeltasten. Achso. Ich habe es auf E, das Laufen. Okay. Oh meh, das überlebe ich nicht mehr lang. Help! Help! Nee, das machst du jetzt mit der Line aus. Raza, hilf mir. Okay. Oh Raza, wo hast du denn jetzt hingeschlagen, Raza? Was denn? Sunny fertig gemacht. Sunny fertig gemacht. Ohne dass es mich erwischt hat. Das ist das Wichtigste, damit ich nicht voll bin für den Frame. Wo ist denn hingerannt eigentlich schon wieder? Hier ist so dunkel in der Mitte, das Map, in der Map. Ja, das ist für Aufnahme absolut Kacke. Deswegen gehe ich da jetzt raus. So Frame, komm her jetzt. Hm, ja, ja, ich rege kurz. Ja, ja, ich komme gleich. Vielleicht. Ich bin voll, du auch? Nee. Ich habe ein paar Diamantschwertschläge abbekommen. Ja, ich auch vorher. Ich bin hier weggegelaufen, als das alles auf dich gegangen ist. Worum bist du denn jetzt? Zeig dich wenigstens. Ich lasse dich ja rein. Ja, ich bin in der Mitte. So und voll. Biss denn nicht. Zur Mitte gucke ich die ganze Zeit. Ja. Ich habe Angst. Ah, da hinten bist du. Ganz aus der anderen Seite. Lass uns da links treffen. Komm, darüber. Ja, okay, komm. Bist aber rechts bei mir, ne? Ja, ja, für dich ist es rechts, genau. Bist du jetzt da oben? Komm runter, du. Honk. Weiß ich will, dass du den ersten Schlag grippen kannst? Nein, das war echt knapp. Ich glaube, ich hatte nur noch ein halbes Herz, so ein ganzes. Super. Gut, ich hoffe mal mit euch. Ja, das ist äh. Push the button. Ich habe bis jetzt noch null gewonnen. Geht doch nicht. Geht doch nicht so was. Frame, die nächste Runde gehört mir, ne? Ja. Ich wollte nur 3, 3 haben. Ja, genau. Warte mal, muss man 3 oder 4 gewinnen? 5. Oh. Okay. Ups. Ich habe alles jetzt mitgenommen, was ich habe. Nein. Das ist gut. Oder auch nicht halt, ne? Boah. Oh Gott. Ei, ne. Du kannst gar nichts mehr haben, Waze. Du kannst kein Leben mehr haben. Boah. Boah. Mann. Hat er Bauspim gemacht, oder was? Ja, musste ich. Aber ich war so zitterig, ey. Bauspim, Noob. Mann. Aber Frame, du konntest auch nicht mehr viel gehabt haben. Eine Hälfte, glaube ich. Oder weniger. Hat der einen Bogen dabei, ne? Die alte Sau. Und spammt damit auch noch. Das ist das Schlimme. Oh, er steckt fest. Okay. Komm jetzt her. Er steckt fest. Ja, guck mal. Jetzt rennt er wieder weg. Guck mal. Anstatt, dass er sich feststellt, ne? Rent er weg. Bis er wieder geregt ist. Boah, dieses Wegschubsen ab und zu, ne? Ich möchte doch nur zuschauen und abfilmen. Ja. Lass uns nicht so mal rangehen. So nah, ne? Drei Kilometer über euch. Ich mach da wieder Boots bei mir. Oh, ich treffe aber wieder nicht. Also bei mir hast du dich getroffen. Ja, einmal oder zweimal. Danach nicht mehr. Komm, ich hör doch mal auf, ey. Oh, ich hasse Boots bei mir. Ich hasse sie. Das sollte verboten werden. Gehört mit dazu. Rastl, du bist ein Igel. Ein kleiner Indianer, der lief hier durch die Map. Ich kann auch wegrennen, Frame. Ja, und ich kann nicht treffen. Naja, ihr habt ja noch zweieinhalb Minuten Zeit. So ist es ja nicht. Was denn, wenn wir die Zeit ganz ablaufen lassen? Im Gewinn kriegt gar keiner einen Punkt. Ist natürlich mit der Ausrüstung dann scheiße, ne? Ich schwamm weg. Werd ich verschenkt. Bin gleich wieder voll, Frame. Noch zwei Herzen. Ja, ja, ist ja gut. Bei der Zeit. Hey. Jetzt saust du ein bisschen länger. Der schlägt hier Haken wie ein Hase. Ich treff. Genau, boost ihn, boost ihn. Dann will ich wieder wegkommen, genau. Wenn ich wenigstens fertig sein könne, hättest du nicht am Anfang so abgehauen, oder? Ja, sorry. Als ich dich down hatte. Ich hatte Angst um mein Leben. Ja, aber was machst du gerade, Ross? Ich mach das wieder ausgeglichen jetzt. Dass wir beide abgehauen sind. Jetzt hab ich dich aus den Augen verloren. Oh, bist du schlecht, Frame? Was ist denn los? Ich aber auch gerade. Da hinten. Ganz da hinten, wie bist du da eigentlich? Ja, ja, Geheimgänge und so, ne? Ne, jetzt aufzuschießen. Okay. Jetzt aufzuschießen. Geht's hier unten hin. Komm runter. Komm, hier ist schön dunkel hier unten. Da geh ich aber jetzt nicht mit. Hier. Ach, da ist er. Ich sag ja, ne? Das hat fast funktioniert. Ich sag ja, wie zwei Kanickel, ne? Wie zwei Kanickel. Ich hasse Infinity Bowes. Ich hab noch nicht meinen Laufbau gerade. Das ist ja sehr schön. Lass mich doch dran kommen. Wie fährtest du noch? Ich hab nicht mehr geguckt. Oh Mann. Ja super, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt hab ich nichts mehr. Dann gewinnt der Blaze. Nicht wirklich so viel Zeug habe ich auch nicht mehr. Wo ist der Button? Bow Spam ist total scheiße. Ich hab null, ey. Null ist total geil. Das ist richtig gut halt, ne? Das ist nicht so ganz meine Runde. Hinten läuft ein Igel. Ich glaube, das ist Wasser. Blaze hat einen Bogen, dann gehe ich weg. Tschüss Blaze. Tschüss. Da kommt was an mir vorbeigerannt. Oh nee. Viel Spaß. Nope, nope, nope. Fell from my place. Und dann macht er so einen Scheiß. Gegen mich gämst du so hart und dann fällt er von einem hohen Punkt einfach runter. Ja, Blaze hat mich runtergeboostet. Ach, ist der Holzblock schön. Ich sehe deinen Namen drehen, Holzblock. Und schille gerade hier. Fehlt noch ein Herz. Ich komme gleich wieder raus. Oh, jetzt bewegt er sich. Ich weiß jetzt hier, Cinematic. Der Name bewegt sich. Ah, steht auf neun Punkt. Guck mal. Au. Au. Treffer versenkt. Der wilde Creeper mit dem Bogen. Ach, der schießt ja schon wieder. Aua. Bist du denn verrückt? Jupp. Mann, 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 Mann. Ich hasse den Bogen. Warum gibt es hier auch nen Bogen bei dem Spiel? Warum gibt es hier noch ne Angel, die nix mehr bringt? Doch, klar bringt die was. Damit kannst du Kumboden. Ja. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ich glaube, einmal nur geschafft. Ich kann es auch nicht. Deswegen lasse ich es immer. Ja, aber ab der 1.8 kann man keinen Schaden mehr mit der Angel machen. Darum geht es doch nicht. Es geht um einen Kumboden. Ja. Du schlägst den Gegner so weit zurück, dass du ihn danach zweimal schlagen kannst. Der will ich keinen machen. Aber das muss dann Perfekt timen. Das ist schwer. Ach, dieser Schwerter ist auch noch dabei. Schön. Nein. Oh. Nice. Ja. Woran. Hat überhaupt noch jemand irgendwas jetzt an Ausrüstung? Ja, ja. Echt? So langsam wird es eng, oder? Mann, 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 Mann. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem unten und nicht hauen. Ah, ja. Ja, unten bist du eigentlich besser als oben, oder? Nee, teilweise nicht. Teilweise nicht. Wacht da. Wie du da rumläufst. Deiner Basis. Ja, ich? Ja. Er hat einen Bogen und Lederrüstung noch, okay. Ja, und mehr Rüstung. Ich hätte mir auch ein bisschen Rüstung aufgespart. Ja, ich nicht. Ich dachte echt, nach vier Runden habe ich gewonnen. Ja, es ist ein bisschen lame, was ich ja gerade gemacht habe. Oh. Okay. Wirklich. Drei Herzen. Wirklich. Oh Gott, ich bin so schlecht. Weißt du, er schimpft über Bow Spammer und macht das Gleiche. Ja, mit mir kann er es ja machen, denkt er sich wahrscheinlich. Ich habe gerade zwei Runden gegen den Bow Spammer gekämpft. Jetzt durfte ich auch machen. Ich bin kein Bow Spammer, ich habe nur gezielt geschossen. Ich habe auch gerade sehr gezielt geschossen. Ich bin runtergefallen. Hau ihn, hau ihn, hau ihn, Sunny, hau ihn. Nicht runterfallen. Wo sind denn jetzt die Sunnys weg? Wo ist denn der Framer eigentlich? Der versteckt sich. Tot. Tot. Nein, der ist wirklich tot. Nur Blaze ist tot. Es ist rot angezeigt, du Hamster. Hamster. Machen wir eigentlich ein Versteckspieler oder was machen wir? Ja, natürlich. Also ich habe mich nicht versteckt, aber egal. Die Map ist aber unübersichtlich, ey. Du warst einfach nur blind. Ein Schlag noch, dann wäre ich tot gewesen. Ja, schiebst du alles auf die Augenprobleme. Wenn du mal gesehen hättest. Ich habe ihn aber nicht gesehen. So. Das hat jetzt keiner gesehen. Da kommt der Framme. Da läuft er weg. Oh ey. Ich habe gerade keine Herzen. Ich habe eh keine Rüstung. Komm. Kämpf wie ein Mann. Ja, das ist doch der, der will sein. Mann oder Maus. Sunny hat mich gerade noch ein bisschen getroffen. Ich muss erst mal weg. Frame the man, rasse die Maus. Bin gleich wieder voll. Nö. Was ist denn los, Framme? Warum nicht so ein Framme? Wenn du jetzt nicht gewinnst, Frame, dann weiß ich auch nicht. Weil dann geht das Spiel noch eine Runde. Ja, ist doch gut. Nö, ich... Ja, aber dann wird es Vincents Chancen gleich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich nicht gesehen, verdammt. Boah, da habe ich dich doch weggekommen. Boah, ich habe fünf Kills. Nicht schlecht. Boah. Nicht schlecht, Frame. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.